Hallo, Willkommen bei Ligro. Heute machen wir ein Unpacking Video im Prinzip. Ich habe ganz günstig für uns beide Gitarren besorgt von einem ganz lieben Menschen da in der Wirtschaft. Und natürlich sind die Gitarren nicht gestimmt. Und da ich auch nicht weiß, wie immer Gitarren stimmt, aber wir beide gestimmte Gitarren haben wollen, um Gitarren spielen, üben, zu lernen können, habe ich einfach so einen digitalen Clip gekauft. Und da sind einfach Tipps dabei gewesen. Ja, aber ich finde die schon schon cool aus. Die schauen total cool aus. Ich finde die sind echt lässig. Na gut, pack du halt. Okay, ist das zu beschweizt? Nein, aber sollst du auch machen? Fest. Jawoll. Da hat man keinen richtigen Halt. Und ich habe noch dazu so warme Finger, da rutsche ich einfach raus. Na gut, ich gebe mal dieses Dings da. Das tue ich da mal auspocken. Wie ist denn das? Das ist diese... Schau, da steht ganz groß hinten Warnung oben. Warnung, Achtung, ich mache süchtig oder sowas. Jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt keinen Strom hat. Weil das schaut schon wieder so aus, als würde man da Batterien brauchen. Die ist aber da drinnen, schau. Da ist die Batterie. Gott sei Dank. Das ist das Marjana. Ist da einfach ein Anhänger dabei? Ja, scheint so. Und wozu ist es denn? Eine kleine Tasche? Wirklich, ja. Das passt da nicht rein. Aha, okay, so geht das. Das passt da nicht rein. Was passt da nicht rein? Na der, passt da nicht rein. Ah, das könnte sein, ja. So. Bing. Okay, also ich kann es offensichtlich nicht richtig machen. Ich lese einmal das Handbuch durch. Also einschalten, Batterie einitun. C. Fertig, please, low battery, bla 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 bla. Nicht ganz nützlich. Ich habe das noch nie benutzt. How to tune. Get the machine. Machine, ready. Fortuner, I don't know, function operation, clipped to tune onto your instrument. Hallo? Aber wir brauchen die Gitarre dazu. Die muss man draufklippen auf die Gitarre. Ja, ach so. Und ich glaube, dass das auf die menschliche Stimme gar nicht geht, sondern das geht wann dann nur auf die Gitarre. Auf den Vibrator von der Gitarre. Schade. Ah, das ist für QR-Code, wenn man nicht glücklich stimmend ist. Okay, ich muss das jetzt auspacken. Ah, wahrscheinlich ist die Tasche hier für die hier. Vielleicht, ja. Das kann sein. Das geht nachher Mist. Das heben wir uns auf, weil vielleicht müssen wir es noch dreimal durchlesen, bevor wir wissen, wie es geht. Ja. Ich stelle sogar in Chinesisch drauf, wie das funktioniert. Oh. Das kann ich dann lesen, ja. In Ruhe, wenn ich dann Zeit habe. So, na dann hole ich mal unsere Gitarren. Was haltest du denn davon? Ey, die sind schon echt cool aus. Und Phil, bist du noch nicht? Die sind großzügig damit. Ja. Also dafür, dass das drum gerade ein paar Euro kostet und dann schenken sie uns das auch noch dazu. Ganz kurz noch eine Sache. Ja. Welche von denen findest du am schönsten? Die blaue. Ich finde die hier, finde ich schön. Die auch. Und die Quartmar? Die da? Das ist das gleiche wie der. Achso, okay. Der ist ein bisschen kleiner. Ähm, der schaut irgendwie arg aus. Okay, ja stimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen... Der schaut auch arg aus. Eigentlich schauen alle gut aus. Das einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist der hier. Ja, mei. Und der hier. Ja, mei. Aber sonst find ich alle arg. Schauen alle gut aus. Wie viele sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12er bist du. Die sind großzügig. Die sind wirklich großzügig. So, ich hole mal die Gitarren. Bitte beide. Ja, ja. Ich bringe zuerst einmal deine und dann meine, weil du sie gleich auspacken. Aber die sind ja alle in Taschen verpackt. Ja. Wunderschön. Und ich habe sogar noch ein Heft dazu bekommen. Richtig. Zum Lernen. So. Ich gebe dir einmal deine Gitarre. Ja, ich kann es jetzt nicht. Geklebt habe ich sie gut. Funktioniert wird einmal das Geklebte. So. Meine kommt daher. Oh mein Gott. Die ist so verstimmt, Papa. Weißt du das? Merkst du das schon? Ja. Echt? Woran weißt du denn das? Ja. Also das sind unsere Gitarren jetzt. Das ist... Papa. Bist du Debut. Also das hört sogar ich, dass das versteht. Dann schauen wir einmal wie das funktioniert. Wo muss man das aufklipsen jetzt? Ja. Das soll man auf die Gitarre klipsen? Ja, dann so. Und dann so, dass wir es lesen und lernen haben. Aber es ist nur einen Ton. Wo gibt's dir das? Ist einfach auf die Saiten? Hm? Ah, da auf dem Resonanzkörper. Du bist clever. Geht sich das aus? Nein. Dann bist du auch nicht clever. Da oben vielleicht am Flügel. Wo ist denn das am Foto drauf montiert? Doch. Hier. Doch. Geht sich aus? Na super, dann bist du clever. Schau. Ein B hast du gerade gespielt. F. Ein F. Ja, aber nicht wirklich. Nicht, weil... richtig stimmen tut es dann, wenn es in der Mitte angezeigt wird. Das war jetzt ein A. Nochmal. Eine Seite stimmt. Na die stimmt ja gar nicht. Was ist das jetzt? Also die A stimmt scheinbar. Okay, gut, ich tu mal mit die Teile. Die mittlere stimmt. Oder... Nicht? Stimmt nicht. Stimmt auch 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 nicht. Also... Wir haben einen Ausgangspunkt eigentlich. Okay. Wir müssen... Hier... Stimmt nicht. Aber... Nochmal. Stimmt schon mal. Ah, warte. Und jetzt können wir weitermachen. Aha, gibt es einen anderen Trick auch noch? Ja. Lösen. Nein. Ich glaube du hast etwas falsch. Die muss drücken. Nein. Und dann müssen sie gleich hoch. Voll. Voll. Nein, tu mal die zweite Seite anklopfen. Komm. Nur mal die zweite. Nur die zweite. Zweite... ...Seite? Klopf einmal. Okay, da sind wir ja irgendwo unten. Warte. Lass mich mal... Tu mal kurz. Mhm. Mehr. Falsch hast du. Mach einmal. Ist gar nicht so falsch, hm? Warte. Nein. Die unterste Seite war es, oder? Nur mal die untere. F. A. Misch. F. Das ist der gleiche Ton. Spülst nochmal? Ja. Nochmal. Nochmal. Der war aber klast. Ja, den haben wir jetzt falsch gemacht. Nummer. Der war die erste Note die richtig war. Das hier zu den B. Nochmal. Das war gerade richtig. Nochmal. Okay, spür mal die ersten drei Seiten unten. Eine nach der anderen. Und die letzte. Na bitte, dann jetzt die vierte Seite. Okay, die ist zu hoch. Die mit Füßen. Noch ein bisschen. Nochmal. Stimmt schon. Nochmal. Es hat schon gestimmt. Jetzt stimmt. Okay, gut. Nächste. Nochmal. Cool. Und die letzte. Nochmal. Okay. Zurück. Jetzt hast du zwei, das hast du auch mitgespielt. Nochmal. So, und jetzt spür mal eine Seite nach der anderen Lage. Das klingt überhaupt nicht richtig. Aber sowas von nicht. Darf ich mal kurz? Lass mal. Die ist schon wieder. Ja, das stimmt. Lass mich mal was probieren. Das ist nicht so einfach, wie es ausgeschaut hat, oder? Da kriege ich ja Bauchschmerzen. Das ist ja vollkommen falsch. Also, los geht's. Ja, du hast das stimmt. Drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Drei, vier. Das ist ja... Das war's für heute. 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 Aber für dich müssen wir die Seiten umspannen, glaube ich. Weil für Rechtshänder, äh, Linkshänder, gehören sich anders montiert. Du brauchst das nur drehen. Du brauchst das nur drehen. Nein, nein, ich mach's ohne den. Aha, okay, gut. Na dann? Nämlich meine Mama hat mir den Trick gezeigt. Mhm. Das ist eigentlich echt genial, das Teil. Obwohl so super funktioniert, tut's natürlich auch nicht. Boah. Papa, bitte, kannst du kurz den Trick zuschauen? Ja, ich schau zwar. Ah, wenn die Seite mitschwingt, dann ist sie im gleichen Modus, oder? Nein. Ja. Jetzt muss es gleich klingen. Ähm, ich muss nochmal zu. Ja. Nämlich. Es ist. Die ist auch richtig. Ich halte nicht richtig. Nicht richtig. Nicht ganz. Oh ja. Nein. Doch. Nein. Nicht. Für mich klingt das schon krass. Und jetzt aber. Mhm. Okay, nee, das ist noch die vorletzte. Jetzt ich hab dich. Okay, nein, das ist nicht so krass, oder? Die sind ja nicht so krass. Ich habe eine Sache. Dieindwerte. Ich habe eine Sache. Musik 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 Merch Machen wir eine kurze Ankündigung Was in die nächsten Videos kommt? Nein! Eigentlich nicht! Das sehen wir dann eh! Heute ist ein Video Tag eigentlich Heute machen wir ein Video nach einem anderen Damit wir in den nächsten Wochen etwas zum Hochladen haben Wer weiß wie das mit der Schule weitergeht Ja, also, dann können wir uns verabschieden. Ich mag einfach nur das Übertonen gerade. Das, was ich singe, oder wie? Ja. Okay, dann verabschiede ich noch, dann höre ich auf zum Singen. Hasta luego. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nimmst du kurz meinen Tannen? Like nicht vergessen und abonnieren und die Glocke einleuten. Aktivieren. Aktivieren, genau. Die Glocke aktivieren. Aktivierst du, die Glocke da.